Das ist das Institut für Entwicklungsbiologie in Andalusien. Die Arbeit in diesen Laboratorien in Sevilla öffnet neue Möglichkeiten für die Herstellung künstlicher Bauchspeicheldrüsen aus Stammzellen. Das ist die Bauchspeicheldrüse, ein Organ, das die Verdauung von Nahrungsmittel und Zuckerniveaus im Blut steuert. Wenn dieses nicht richtig arbeitet, können sich Krankheiten wie Diabetes entwickeln. Sie identifizieren jene Gene, die bei ihrer Aktivierung Stammzellen dazu anregen, neue pankreatische Zellen zu produzieren. Dieses Projekt zählt auf eine Zusammenarbeit mit der Londoner Hochschule und den Biomedizinischen Forschungsinstituten Pi und Sanje aus Barcelona. Was wird das in der Zukunft ermöglichen? Stammzellen eines Patienten zu nutzen, um seine kranke Bauchspeicheldrüse zu regenerieren. Es könnten auch komplette künstliche Bauchspeicheldrüsen hervorgebracht werden. Wann wird das möglich sein? Auf diese Weise könnte auch Diabetes geheilt werden. Und indem wir mehr über Gene wissen, können wir Mutationen vermeiden, die Krankheiten verursachen. Im Augenblick konnten sie künstliche pankreatische Zellen in diesem Zebrafisch testen. Das Resultat war erfolgreich. Ein großer Schritt in diesem Labor der Universität Pablo de la Vida in Sevilla.